So meine lieben Freunde und Willkommen zurück zu DOOM. Ja, man muss das so aussprechen. Wir sind ja im letzten Part irgendwo aufgewacht und wissen eigentlich gar nicht, was eigentlich passiert ist. Wir haben nur ein Hologramm gesehen und dann kam noch dieser Dr. Hayden dazu, den wir auch noch nicht gesehen haben, sondern nur über einen Komplikator gehört haben und er übernimmt für die letzten 24 Stunden volle Verantwortung und meinte noch, dass es sich gelohnt hätte, dass jetzt überall diese Dämonen rumlaufen. Was aber genau passiert ist, wissen wir noch nicht. Ich hoffe, dass wir es jetzt herausfinden werden. So, jetzt mal gucken. Ich will DOOM spielen. So. Kommt. Latsch, schneller. Ach, jetzt. So. Hm, nicht sieht viel aus. Dir das auch wird? Soll ich jetzt da runterspringen? Irgendwo, nein. Ah, der scheint's. Nö, auch nicht. Gut. Dann halt, Gironimo. Ja. Okay. Aufbreichschutz. Das hätte man mir auch vorher sagen können. Drücke E. Okay. 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 und wieder ich habe nicht etwas der Mars ist böse was versuchen wir in der Realität Na wir wollen zum Mars setzt Boulevard davor warum wollen alle unbedingt immer zum Mars ganz nett zielen kann ich anscheinend nicht Du bist Mistviech Böke Klatsch Halt die freche da Das war dein Arm das ist der hier Kickmove Dürfen wir auch noch mal hier Kickmove Wir noch mal Kickmove So Kickmove Du auch Tschüss Ich bin noch mehr Kickmove He In your face bitch Fresse Haste Hast du etwa gerade auf mich gefeuert Ich geb in your face Auch Lebensenergie Guck mal Jump Shot Ich bin auch hier Hepp hepp Ohohoho Bist du gestorben Gibt es noch mehr von denen Ja da Hey Bleibst du wohl Oh Hat es zerfetzt Wo ist ja noch keiner Und Vielleicht noch so ein großer Hat bumm gemacht Das hört sich groß an Auf so ein billig dreckiger Radar statt man eine Minimap reinhaut Nein Man muss ja ein Radar haben Minimap wäre mir lieber gewesen Hey süßer Gibt es also nicht weiter Oben ist etwas und das will ich eigentlich haben Eine Karte ist erforderlich Blaue Karte Spieltchen mit den Karten Da haben sie also auch wieder eingebaut So Wo kriege ich eine blaue Karte Die eventuell gar nicht Ich kann keine blaue Karte finden Watt Geschweige denn eine blaue Karte sehen Terminell Hier Ö Da oben Das könnte die Blaue Karte sein Hier geht es nicht hoch Der ist ja geil 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 Ach guck mal an Auch so ein büffscher Aber wir haben ein Geheimnis gefunden. Seelsam öffne dich. Granaten. Okay, gehen wir runter. Ich will töten. Tschüss Nummer eins. Tschüss Nummer zwei. Hier ist Kickmove. Nachbar. Mit der Knie-Scheibe. Juhu. Warte, wir will nicht warten. Komm. Community-Treffen. Juhu. Oh, das war dein Abend. Schalte mich mal bei der Rüstung sehen wir stream von mir meine Rüstung. Juhu. Juhu. Ist explosiv. So weiter geht's. Wo geht's hier lang? No. Okay, sollten wir trotzdem mal weiter erkunden. So geht's hier rum. Oh. Freche. Äh. Ach ne Freche. Ach ne. Wie geht's. Ach ne. Ach ne. Ach ne. Ach ne. Waffenbot. Oh, da sind große, sehr große Dock. Oh, das nennt sich ein Facecake. Wie schobst du dich herum? Guck mal hier. Zum Glück habe ich das hier liegen lassen. Oh, wo kommst du denn her? Verpfiff dich? Verpfiff dich? Ja, komm. Loser. Hm, spring doch da ruf. So. Speicherpunkt. Bam. Und wieder mit Kickmove. Bitte irgendwer mich gerade von hinten flaxen. Fresse, 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 bam. Geht doch, was ist denn jetzt schon wieder los? Warum zieht meine Maus denn jetzt wieder so nach links, äh, nach rechts? Scheiße. Ach, ich hätte doch nicht mehr mit Controller spielen sollen. Was ist denn das? Kommst das an hier? Was geht hier los? Was geht hier los? Faceclap. Kickmove. Upporn, upporn. Boom. Oder nicht noch einer? Ab da oben. Geht's mir auf den Sack? Warte mal. So. Ich hab jetzt erst wegen dem Scheiß gestorben. Ach, danke. Dann würde ich mal sagen, danke fürs zu sehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.